So, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft, wo man so Philipp Part 12 Ja, der Philipp baut jetzt im Moment uns nicht ein Portal und ich mache uns gerade ein Pilz-Suppe Ja, aber der Wald hat schon angefangen zu brennen wegen dem Thomas Ja, weil sonst findet man den Lavasee nicht mehr Ich habe mich nicht mehr voll einfach Ich will, ich will sehr lecker einfachen Oh Dass man schneller hinkommt, es sei nicht so gemein Halt das Maul Oh, sie schützt es Ich weiß, ich bringe alle nicht super Wie viel Leben bringt ein, mein, nicht Leben, äh, wie viel bringt ein Blitz-Suppe-Hunger Ich glaube, es war halb Ich bin immer nicht ganz sicher Wie ist es da, 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 wie ist es da Hier bauen wir dann eine Pyramide Was? Ja, können wir machen Na, das macht man dann noch, wenn ich wieder nachkommen Ein Ding Ah ja, ich habe übrigens auch noch einen Creative Server gemacht Da machen wir jetzt unsere ganzen Tutorials oben, oder, Philipp? Ja, und außerdem, wir bauen ziemlich noch Kohle Gebäude Wir machen dann so Let's Builds Also, Let's Builds Let's Builds Ja, ihr wisst, was ich meine, Philipp, kommst du noch raus, ja Es ist Es ist Ah Ich bin grad in der Höhle gefallen Das nächste Monster, was sich mir wegstellt, das schiebt die Lava über den Kopf Ohne Schatz Ja, super Ja, eigentlich, ich habe auf den Saar noch nie ein Enderman gesehen, also einmal Doch, ihr habt schon drei gesehen Hi Lava Da ist eine super Lava 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 Man kriegt ja mal schlafen Lava Du liegst schon wieder in meinem Bett Und da ist ein authenticity Lava Lava Aber ich habe das in Lava über den Kopf Ja, passt Na, halt den Maul Wie weit bist du schon? Ah, ich muss es erst geben weiter machen Schaue, Bart, steht hier, die Equipment anzünden Mir reicht ihm diese Krieger an Er hat er in der Lava so volltrotteln äh die Lava breitet sich aus obwohl ich sie schon weggetan hab, eh egal, dann haben wir dann auch Spartag Quelle Blirma schotter, blirma schotter, blirma schotter Sooo Was soll ich jetzt machen Philipp? Voll abscheissen Keine Ahnung, ich bin doch nicht deine Mutter Hals, Maul Das war ein Kompliment Mal was mit Ungefähr Heiße Lava, heiße Lava Frisch und heiß gekühlt So der erste Dom ist fertig nach langem Arbeiten Der Boden ist fertig, der untere Dann der Seitendom Und jetzt kommt leider der andere Seitendom Und dann kommt nur ein Dach Einen Eimer Kriterium ist mir Gib ich mir denn danach wieder, wenn du fertig bist Ja Neiiiii Du hast schon längst ja gesagt, du Aros Hals, maul Hals, maul Hals, maul Hals, maul Hals, maul So, jetzt muss ich wieder Lava holen noch einmal an unsere Schafe fort also es war komisch und sofort Pflanzen mehr wenn man durch die Schraube ist die Klinik Lager nicht weg er muss immer wieder dort nur das ist wie der Philipp ist es immer auf den Kopf bei einer Zeit so ich bin ich das alles erzählen was der Mama mir mal erzählt hat ich bin es wirklich erzählen na dann dann daten die alle abonnieren weil sie diese tun finden halt mal da ohne Schatz es war voll eine lustige Geschichte trotzdem das sind wir lernen ein Geburtstag erzählt super er und die Zettelstieke und wappen siehe ist es gar nicht geht zu dem Wartler noch kurz oder ist jetzt ah ah er ist drei Essen gerne braucht die Bühne so gut 2 oder 3 bei Reis 3 er ist er gut aber sicher übel weil du mal giftige Bild zu geben was sie sind jetzt mal jetzt bin ich zu Tost verarbeitet in Bezug auf Fliegel zu essen kann n mehr doch noch kann sie essen eben nur ein Stuttgart vergiften oder so die Dormal die Melonen ernten aber nicht meine doch mit deinem sie alle aber das ist meine Melonen von mir die Macht ist sogar ich mach auch noch einen Melonen fahren ja mach der eigenen Penner jetzt mal dann muss es müssen das heißt es ist er auch noch an zweifelste was in der Laufbahn und es war mal es ist ein es ist doch noch so als Baby zu einem Kopf gefallen ist mehr einmal hat mich beschädigt einmal kuriert die NDR das hat sich nicht richtig ja genau so wie bei dir haben haa und das ist nicht durchstunden die Wendung sobald man das ein Baugler Quarts abweilen können und dann ist es ein Zornau und dann steuermatt er mit uns mit ihm und die Schildur und weil ich die Rechstunde kriegen jetzt dann für die Türen nicht einfach neben die Türen passt es sagt ja ich kann auch nicht mehr in die Tür einig um als Maul das ist ein bisschen doch und zwar die ein ich es kaste schweigen es soll ich aber nicht in das genaue Mensch jetzt kann ich auch zu spät das ist das kann ich jetzt wiederholen gehen abend es ist wieder Frieden ja du bist all diese schlagen wenn du auch auf er steht das kann das ist halt dann treff ich habe um dann wird so zelt es kann es geht sich dann abkommt um die in der Runde aber die Kräfte es ist ein abmalen ich habe es mir stets geht er hat da das ist ein kleines Lande nach so was der Stieg doch er was bringt die Uhr und du Jürgen Klappschiller selber das hat die Stimme vor der Lager nicht weggegangen ist sie sind normal wegen genauer Lager Rennen bei mir hängt schon wieder zu müssen ja weiss wenn du mir anzünden all dass ich hab jetzt total komplett falsch gebaut ich weiß du musst als höher na im Ort ja das war die Schuhe aber es ist nicht so groß vier Blöcke lang steht es ja das passt schon so bei der Geschenk an der Welt haben es stimmt wie geht es in der Hand im Schiff im Schiff im Schiff zu sammeln würde sagen der Philipp Hey, ich habe einen Fisch bekommen, als er es gewusst hat. Thomas, nein, ich habe es falsch gebaut. Wie? Ja, ich habe es ernst zu lange gebaut. Nein, das passt. Nein! Doch! Ach so, du hast drei innen gemacht. Ja! Nein, das ist falsch. Nein, ich habe vier gebaut. Aber das kannst du noch leicht beheben. So, ich werde jetzt einfach mal spielen und einfach mal ein Filme filmen, wo ein Portal baut. Dass es alle wissen, wie das geht. Schaut irgendwie so aus wie das iPhone. Und wir mag nicht mehr spielen. Wie viele Let's Plays haben, also die Zeit. Ja, ich schaue mal, wie lange wir es schon auch genommen haben. So, wir haben schon zehn Minuten auch genommen. Deswegen werden wir das Let's Play jetzt beenden. Der Philipp und ich mögen jetzt beide eigentlich nicht mehr so richtig. Und deswegen werden wir heute Abend noch vielleicht ein paar auch nehmen. Und ja. Ciao! 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 Ciao!